Es gab jetzt wieder so einen Fall von einem Missbrauchstäter im Bistum Trier und das Erfreuliche ist, dass jetzt irgendwie tatsächlich, also die Sachen waren natürlich alle schon verjährt oder das ließ sich dann wieder nicht beweisen, aber tatsächlich hat Ackermann, der Trierer Bischof und gleichzeitige Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, hat tatsächlich jetzt so ein Verfahren beim Vatikan wohl angestoßen, das dann wohl auf eine Laisierung des Täters oder mutmaßlichen Täters hinauslaufen kann. So, das wurde also schon von den Betroffenen sozusagen als Erfolg vermeldet. Nur was mir dabei aufgefallen ist, dieser Priester, also ein Missbrauchstäter, durfte mit einem Jugendlichen alleine verreisen. Die sind nämlich da zu diesem Abschiedsgottesdienst von Bischof Zollitsch gereist. Christian, bei dir in Freiburg muss das irgendwo gewesen sein. Und ich konnte es ja nicht glauben, denn ich war doch 2011, war das glaube ich 2012, bei der Verhandlung von diesem Salzgitterpriester, der massiv schweren oder schwersten Missbrauch betrieben hatte in Salzgitter. Und da hat ja auch unter anderem die Bild-Zeitung darüber berichtet, der ist immer mit seinen Opfern in den Urlaub gefahren. Hat dann so tolle Hotels und so weiter. Ich hätte selber nicht mir vorstellen können, dass es in den katholischen Bistümern auch nach diesem Fall von 2011 noch möglich ist, dass ein Priester alleine mit einem Kind oder Jugendlichen verreist. Ne? Ja. So. Und das war hier offenbar der Fall. Jetzt muss man sagen, ich glaube, der Jugendliche war irgendwie so 17 oder so. Also der kann, im Prinzip könnte der schon Sex haben, mit wem er will, also außer mit einem Minderjährigen. Aber dann hat man hier immer noch das Verhältnis von den, wie nennt man das? Schutzbefohlenen. Sex mit Schutzbefohlenen. Genau. Mein erster Effekt war, es kann ja wohl nicht sein, dass nach diesem Skandal in Salzgitter immer noch Priester alleine mit Jugendlichen oder Kindern verreisen. Und mein zweiter Hammer war, dass ausgerechnet in Ackermanns Bistum war. Ackermann ist ja der Missbrauchsbischof der deutschen Bischöfe. Und da muss ich also wieder sagen, ich nehme den Bischöfen und Ackermann nichts mehr ab in Sachen Aufklärung. Apropos, ich habe dann mal geguckt, war nicht 2017 eigentlich das Ende dieser zweiten Missbrauchsstudie angekündigt? Oh ja, aber sie ist verlängert worden bis September 2018, weil das alles so kompliziert ist. Ja, ja. Müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden, bis dann vielleicht mal acht Jahre nachdem der Skandal losbrach, Ackermann irgendwelche Ergebnisse da vorlegt. Hat die Mafia schon ihre Eigenuntersuchung zu Ende wegen der Kriminalität? Die Mafia verweist wahrscheinlich auf ihre Leitlinien. Ja, also soviel dazu. Dann hatten wir wieder... Liebe Ketzergemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de.